Die Schreibtischtechnik. Brechen Sie aus dem Bildschirm aus, nutzen Sie Ihren ganzen Schreibtisch als Arbeitsfläche. Ordnen Sie links neben dem Computer Ihre Quellentexte und Recherchenotizen. Jetzt haben Sie die wichtigen Linien und Ebenen Ihrer Recherche räumlich vor Augen und Sie finden beim Schreiben auf einen Blick, was Sie suchen. Rechts neben dem Computer liegen Notizblock und Schreibstift. Hier halten Sie Gedanken fest, die Ihnen während des Schreibens einfallen. Die Ideen für die Schlusspunkte, für den Textkasten, für einen späteren Textteil. Der Bildschirm in der Mitte dagegen bleibt frei für den neuen Text. Keine Recherchedaten stapeln sich in Bildschirmfenstern im Hintergrund. Keine Notizen kleben unten im Schreibpfeil. Während des Schreibens gibt es also nichts zu scrollen und nichts zu zappen. Der Computer zeigt Bildschirmfüllend ein einziges Pfeil Ihren neuen Beitrag. Wieso braucht beim Schreiben jeder Text seinen Platz? Das Hirn knüpft Gedanken an Orte. Wenn es an mehreren Texten gleichzeitig arbeiten soll, an Recherchetexten, Planungsnotizen und dem neuen Beitrag, dann erleichtert die Ordnung das Umschalten, das Auseinanderhalten, das Wiedereinsteigen. Nach Seitenblicken ins Recherchematerial oder nach Gedankenblitzen zu anderen Textteilen, nimmt das Hirn den roten Faden leichter wieder auf, wenn das Auge an den vertrauten Ort zurückkehren kann.